Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, den Tourstart im eigenen Land zu haben und dann auch nur 45 Kilometer von meiner Haustür entfernen. Daher freue ich mich drauf und hoffe einfach, dass es ein großes Fest wird. Für Deutschland natürlich auch eine riesengroße Chance, aber doch mit sehr vielen Fans am Straßenrand. Wer bei der Tour nicht motiviert ist, der sollte doch zu Hause bleiben. Ich bin sowieso bei jedem Radrenner natürlich motiviert, aber ja, natürlich hier in Deutschland, dass man natürlich wählt, kommt das Quäntchen einfach noch dazu und hoffentlich geht es dann auch auf. Ich glaube, dass das eine absolute Aufwertung des Rennens halt einfach ist. Ich bin sehr glücklich darüber. Es wird ein super schweres Rennen werden mit wirklich Top-Besetzung und der Kurs gibt halt wirklich auch das her, das ist eines der härtesten oder das härteste deutsche Eintagesrenten und dort erfolgreich zu sein, ist natürlich wieder ein großer Traum dieses Jahr und ich hoffe, dass das in Erfüllung geht.